Hallo Fotofreunde, dieses Video ist wirklich quick and dirty. Es geht um keine wichtigen Fotothemen, sondern einfach nur um ein Gewinnspiel. Ihr könnt etwas gewinnen. Und warum mache ich das? Tatsächlich aus Dankeschön. Ich habe es jetzt geschafft, nach ganzen zwei Jahren auf YouTube 500 Follower zu bekommen. Das ist natürlich verhältnismäßig wenig für die Big Player, aber mich persönlich freut das. Und ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Ohne die, die sich meine Videos angucken und ohne die, die meinen Kanal folgen. Was könnt ihr gewinnen, ist natürlich die große Frage. Und bevor ich euch mal zeige, was ihr gewinnen könnt, möchte ich kurz erklären, warum ich mich für dieses Präsent entschieden habe. Ich persönlich bin ja unabhängig von der Fotografie ein echter Petrolhead. Also ich bin total begeistert für maschinenbetriebene Landfahrzeuge, so wie der Gesetzgeber die nennt. Egal ob Autos oder Motorräder. Und ich habe in meinem Leben auch schon das ein oder andere Fahrzeug besessen von beiden Bauarten. Und ich glaube, es wird auch noch weitergehen. Und unabhängig davon fotografiere ich die Fahrzeuge auch super, super gerne. Wird der eine oder andere vielleicht schon mal ein Foto, egal vom Moped oder von einem Auto auf meiner Webseite oder sonstigen Internetpräsenzen gesehen haben. Was liegt da näher, den Bezug von der Fotografie zu diesen tollen Dingen, den Fahrzeugen zu schlagen? Ihr könnt gewinnen. Der geneigte YouTuber wird es erkennen. Den Car Lender, der Firma JP Performance, Jahr 2020. Noch komplett original verpackt. Der Gewinner, die Gewinnerin, wird nach Weihnachten das Ganze von mir zugeschickt bekommen. Wie könnt ihr gewinnen? Es ist verhältnismäßig einfach. Ihr müsst einfach in die Kommentare von diesem Video schreiben. Und jetzt, kleiner Tagtraum, jeder denkt schon mal drüber nach, ach, was würde ich mir kaufen, wenn ich eine Million im Lotto gewinnen würde. Ihr müsst einfach nur reinschreiben, welches Fahrzeug, egal ob Moped oder Auto oder beides, ihr für maximal eine Million Euro kaufen würdet. Ihr braucht keine E-Mail-Adresse hinterlassen. Anhand euren YouTubes Account werde ich euch anschreiben. Das ganze Gewinnspiel geht bis zum 26.12.20 Uhr dieser normalen Berliner Zeit. Dann wird per Zufall der oder die Gewinnerin ausgelost. Wie gesagt, ich werde den oder die Gewinnerin unter diesem Video auch nochmal posten, aber auch nochmal persönlich, insofern es möglich ist, über die Daten auf dem YouTube-Channel anschreiben. Falls der oder diejenige sich bei mir nicht meldet, wird der nächste ausgelost. Ich versuche dann direkt am ersten Tag nach Weihnachten den Kalender euch zuzuschicken, damit ihr pünktlich im neuen Jahr den an eure Wand hängen könnt. So, das war alles. Genaues nochmal zu dem Gewinnspiel unter dem Video. Ich möchte mich nochmal bedanken bei euch 500 Followern, die sich meine Videos reintun. Daumen drücken, dass es mehr wird. Übrigens müsst ihr diesen Kanal nicht abonnieren und auch nicht dieses Video liken, um Gewinnchance zu haben. Der Kommentar reicht aus, weil das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Gleichwohl würde ich mich natürlich sehr freuen, damit ich weiter wachsen kann und demnächst vielleicht das andere Giveaway auch noch auslosen kann. Jetzt reicht es aber. Macht bitte zahlreich mit und ein frohes Weihnachtsfest. Bis zum nächsten Jahr. Tschüss.